Musik So, wir haben jetzt den Cheftechniker hier der deutschen Biathleten, den Andreas Emslander. Andi, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Sehr gut, bei uns war es, oder wir haben es ruhig angehen lassen mit der Familie und unserer Kleinen. Also haben das ganz relaxed und haben uns auf Oberhof quasi eingestimmt und vorbereitet. Genau, man sieht genau, du hast es sehr genossen. Wie sind denn die Beschaffenheiten im Moment hier auf der Strecke? Wird es einen regulären Wettkampf geben morgen? Ja, also ich denke, den Umständen entsprechend haben sie es wirklich gut präpariert. Es ist natürlich stellenweise sehr weich, aber es kann sein, dass sie mit Salz noch arbeiten werden. Aber ich denke mal nicht, dass die vorderen oder hinteren Läufer irgendwie unterschiedliche Bedingungen haben werden. Also du machst es ja auf uns hier einen recht entspannten Eindruck. Wird alles gut gehen die nächsten Tage? Ich denke schon, ja. Also ich bin zuversichtlich. Gut, dann hoffen wir auch, dass die Deutschen auch die guten Bretter alle morgen auspacken. Und die Jungs, denke ich, geben wieder ihr Bestes. Und wir wünschen euch alles Gute und drücken euch natürlich die Daumen für die nächsten Tage. Jawohl, danke schön. Bitte. Vielen Dank.